Yo! Was geht ab, YouTube Blackjack? Wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. Leute, in der letzten Folge haben wir uns richtige Tränke gemacht. Die habe ich natürlich jetzt im Nachhinein nochmal verstärkt. Und ja, die werden wir jetzt auf jeden Fall mal heute Stani übergeben und mal gucken, was sich in der Zwischenzeit auf der Insel so getan hat. So, wir sind drin. Hier schaut tatsächlich noch alles normal aus. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hin. Und ja, werden Stani die Tränke vorbeibringen. Und danach müssen wir auf jeden Fall noch netherite-farm gehen, damit wir ja endlich mal soweit sind. Ich glaube, ich werde sogar, wir haben ja hier noch Wolle. Und ich denke mal, wir werden ja noch ein bisschen Holz holen. Ich glaube, ich werde mir gleich mal eine Holzachs machen. Ja, und werde jetzt danach noch ein bisschen Holzfarben mit hier runterkommen. Und, ah, warte mal, ich nehme gleich die Schere mit. Dann können wir nämlich die anderen Schafe auch noch scheren. Dann haben wir noch mehr Wolle und dann können wir noch mehr Betten machen. Und dann werde ich die Betten mal direkt ins Nether verlagern. So, Freunde, oben angekommen. Ich habe jetzt gleich hier noch ein bisschen, was ist denn das? Noch gleich ein bisschen, ähm, ja, Holz mitgenommen. Hallo! Schön! Ja, hier! Oh, Blackjack, da bist du ja! Was geht ab? Ähm, ist irgendwas hier von der Base kaputt gemacht worden? Nee, ne? Äh, nee. Aber wer von euch hat an unserem Versteck, in unserem Ausgang, mit Steinen zugebaut? Das fällt doch komplett auf. Das könnte Lukas gewesen sein, keine Ahnung. Wie Lukas. Ja, komm mal mit, ich zeig dir mal, was passiert ist. Das Ding ist, Lukas hat wirklich in meinem Team, ja, hat darauf geachtet, wann ich mich auslogge. Und das Ding ist, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass er diesen Schritt machen wird. Und habe extra Enderpellen gefarmt. Und das Ding ist, guck mal, was er hier gebaut hat. Er hat mich einfach zugebaut gehabt. Ich hätte es so viel cooler gefunden, hätte er mich wirklich versuchen wollen zu kehren. Aber jetzt stellt er sich wieder als Helden dar und sagt sogar, gib mir den Loot nicht wieder. So. Der Loot juckt mich nicht, ich benutze noch nicht mal seinen Loot. Rechn eine coole Aktion, by the way, eure Base zu bauen. Bro, was wollen wir mit so einem Müll-Loot, Alter? Es geht nur ums Prinzip, anstatt einfach mal zu uns zu kommen und zu sagen, ey, Stani, sorry, dass ich deine Base damals kaputt gemacht habe. Sorry, Stu und Blake-Jig, dass ich eure Sachen geklaut habe. Sorry, dass ich sogar eure aktuelle Base mit Max kaputt gemacht habe. Max hat sich entschuldigt, Digga. Selbst Max konnte sich entschuldigen. Aber Lukas nicht. Und die Leute sagen, die Leute schreiben in den Kommentaren, ja, weil Stani den Hund angegriffen hat. Nein, Stani hat den Hund wiedergegeben. Bro, das ist das Einzige, was die reden können, Bro. Der Hund ging jetzt gut. Und auch dieses Argument zu sagen, ja, Lukas war das nicht. Lukas hat dann nur mitgemacht. Leute, wenn ihr einen Raub starten solltet und trotzdem mitmacht, seid ihr auch schuldig. Was ist das bitte für eine Argumentation? Also, jetzt mal ein Blödsinn, Lukas hat direkt einen Gegenangriff gestartet quasi. Mehr oder weniger. Wisst ihr, was meine Theorie ist? Die wollen sich einfach jetzt nur vorbereiten, weil deren Loot jetzt einfach fehlt. Die wollen jetzt Full Netherite machen, mit krassen Stärke trinken, mit ganz vielen Totems. Und dann werden die uns irgendwie die nächsten Tage angreifen. Vielleicht sogar im Stream oder so, ich weiß es nicht. Ja, safe. Ja, Bro. Safe. Warte mal, wenn das so ist. Guck mal, stand ich hier. Aber mach 8 Minuten Dinger draus. Das sind schon 8 Minuten. Bro, das sind Trank der Stärke 1, Junge. Hey, guck doch mal genau drauf. Das sind die 8 Minuten, das sind die langen. Drei Angriffstarten. Stimmt, stimmt, stimmt. Das sind die Starken. Aber ein 3 Minuten habe ich hier noch. Echt? Dann habe ich einen Fall schon mitgenommen. Scheiße. Mir kannst du den eingehen, wenn du willst. Aber Bro, das ist doch Trank der Stärke 1, Eswe. Es gibt doch sogar Trank der Stärke 2, oder nicht? Es gibt nur 3 Minuten und es gibt 8 Minuten. Nein, es gibt doch Trank der Stärke 2, Bro. Sind die nicht rot? Die müssen eigentlich rot sein. Ja, deswegen, Bro. Deswegen. Kann man die nochmal aufhören? Mach nochmal die stärkeren. Ja, okay. Bro, Trank der Stärke 2 heißen die. Ja, okay. Ich würde jetzt erstmal mit Stani zu den Zombie-Spawner gehen. Ja. Stani hat dann nochmal was cooles vor. Und wenn du willst, komme ich dann wieder zu dir. Ja, ich würde anfangen, Netherite zu farmen. Also, Lukas hat ja so nett gesagt, wir können seine Sachen behalten. Dann haben wir jetzt quasi nochmal eine komplette Dia-Rüstung. Und ich werde Netherite farmen, damit wir die direkt zu Netherite machen können. Bro, das Ding ist einfach aus Prinzip will ich ihm diese Items schon wiedergeben, Digga. Das Ding ist, er labert jetzt einfach nur Scheiße. So, oh, behaltet eure Items, behaltet die Items. Eigentlich heute doch innerlich, deswegen. Bro, mich jucken die Items auch gar nicht. Guck mal, ich benutze nicht mal seinen Loot, beziehungsweise seine Ausrüstung. Ja, Bro, ich check's auch nicht. Wisst ihr was? Eigentlich müsste man eine Kiste machen, die Items da reinlegen. Und dann will ich mal gucken, was der sogenannte Hacker mit den Items macht, Digga. Was für eine Scheiße. Ist nur der Hacker. Bro, irgendwas erfinden, Digga. Geil. Würde ich hacken können, dann würde ich ganz bestimmt... Bro, wenn ich hacken könnte, dann würde ich doch nicht einfach irgendwie seinen Loot nehmen. Dann würde ich das doch so machen, dass ich... Ja, Bro, das ist dumm gelaber, Bro. Das macht gar keinen Sinn. Bro, ich bereite alles vor. Ich hacke seinen Account, packe da eine Truhe rein, packe die Items da rein und mache das dann im Stream, dass ich extra den Weg dahin gehe, alles zeige, anstatt das irgendwie so zu machen, dass keiner was davon... dass keiner davon irgendwie Wind bekommt. Das macht alles wirklich gar keinen Sinn. Aber ist doch egal. Er wird noch früher oder später uns eh angreifen wollen. Dann wird er sehen, was er davon hat. Gut, Stani. Dann würde ich mal sagen, lass uns losgehen. Blackjack, bis später dann. Was machst du jetzt in der Zeit? Äh, ich gehe in den Rite-Farm. Okay, pass auf dich auf. Bis dann. Tschö, denn los, S.U. Tschö. Okay, ich gehe in den Rite-Farm. Okay, ich gehe in den Rite-Farm. Wenn die noch leben, wenn die noch leben, falls sie die nicht alle getötet haben. Und ja, werde anfangen... Oh ja, die leben tatsächlich noch. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und danach werde ich hingehen und werde, äh... Die ganzen Betten, was ich schon oben habe, werde ich die Kisten abbauen. Werd die im Nether wieder aufbauen, sodass ich quasi den kürzesten Weg habe. Aber, ja, am effizientesten einfach bin. Das werde ich vorbereiten und werde dann auf jeden Fall Nether-Rite-Farmen gehen. Ich werde mit S.U. auf jeden Fall nochmal reden, dass wir Lukas, äh... Definitiv nicht das Zeug zurückgeben. Ähm, also, bitte. Nutzen wir das doch lieber für uns. Was soll denn das? Naja, Leute. Okay, ich würde sagen, ich share das jetzt noch schnell fertig und dann sehen wir uns gleich wieder, ja... Im Nether-Portal. So, Freunde. Wir sind jetzt im Nether angekommen und werden jetzt... Hier unten haben wir ja unsere Nether-Farm-Stelle. Ähm. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das ein bisschen hier oben. Machen hier... Ah, perfekt. Ähm. Hier ist nirgends wo ein ordentlicher Platz. Machen wir jetzt auf jeden Fall, ähm, ja, quasi unser kleines Kistenlager hin. Zack. So, und da fangen wir jetzt an, schon mal die ersten Betten reinzutun, sodass wir halt möglichst nicht oft außen netter raus müssen. Upsala. Zack. So, und das werde ich jetzt noch ein paar Mal hin und her machen, bis hier die Kisten alle voll sind und oben bei uns leer sind. Machen wir das nochmal zu, dass wir da nicht runterfallen. Ja, da ist ein Enderman, äh, das sind ganz viele Endermänner. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall sämtliche Betten hier rein verlagern, sodass wir quasi in einem Zug komplett hier Netherite farmen können. Okay, Freunde, ich habe jetzt schon so einige Sachen ins Nether gebracht. Ähm, jetzt hat Kenny mir geschrieben, ich soll doch mal kurz zur Burg kommen. Der möchte sich mal treffen. Jetzt gehen wir da mal schnell hin, mal gucken, was der jetzt will. Ich hoffe nur, dass da jetzt nichts Krummes kommt, weil eigentlich hat sich Max gestern entschuldigt. Also, ihr wisst ja, der Paulberger Orden, die haben sich gestern eigentlich entschuldigt. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, was sie jetzt schon wieder geplant haben. Okay, Freunde, die Burg ist jetzt da oben. Wir sind gleich da. Ähm, fragt schon, wann ich circa da bin. Wo ist der? Hallo, wo bist du denn? Wo bist du denn? Hallo? Unten. Ja, ich komme. Yo, was geht? Ey, was hast du für ein Skinner an? Du siehst so anders aus. Wo bist du denn? Warum hast du ein goldenes Schwert, bro? Hä? Was macht das denn für Sinn? Warum hast du ein goldenes Schwert? Bleib mal stehen, Blackjack. Goldenes Schwert? Das ist doch, geht doch voll schnell kaputt. Ah! Ach so! Ich habe mich mal kurz in Lukas verwandelt. Äh, Blackjack, was geht? Nicht viel bei dir. Komm, komm ruhig mit Tor. Flauschi, öffne uns das Tor. Okay, äh, so, bitteschön. Dankeschön. Okay, Blackjack, willkommen in der Burg. Äh, der hat eine ganz andere Versuchung drin. Äh, der hat dir nicht versteckt. Coole Rüstung, Gold und Eisen. Nicht schlecht, finde ich cool. Ja, ich war nett. Andere Rüstung? Ja, natürlich. Hast du auch die? Ja. Woher hast du die? Woher? Gefarmt? Wann? Das ist schon ein bisschen länger her. Mir fehlt nur noch Netherite, aber ich bin dabei. Ich bin dabei. Warte hier kurz, Blackjack. Flauschi, komm mal ganz kurz. Ja, hier stehen bleiben, Blackjack. Leute, was haben die vor? Die wollen mich safe abziehen. Hundertprozentig. Blackjack, kannst du mir bitte sagen, woher du deine Dia-Rüstung hast? Ja, gefarmt. Candy, es läuft gut. Und hast du die wirklich nicht geklaut? Du kannst es auch einfach sagen. Meinst du die jetzt von Lukas? Nein, die von Candy. Die wurde geklaut. Ach so, nee. Candy, er war es nicht. Blackjack, ich glaube, du kriegst gerade einen Anruf in der Gruppe. Geh da mal lieber ran. Ja, okay. Okay, was haben die vor? Guten Tag. Hallo, spreche ich mit Herrn Jack? Ja, ja, der ist hier. Ich spreche von der Versicherung. Und zwar haben sie ja eine neue Dia-Rüstung geklaut. Und wir wollten fragen, ob sie die versichern möchten. Die Dia-Rüstung ist schon älter. Die hat doch schon ordentlich gebraucht. Ich habe gerade geklaut von Mr. Candy. Nee, tatsächlich nicht. Verdammt, ey, Mann. Candy? Ich weiß es nicht. Ich will Blackjack natürlich entschuldigen. Blackjack. Hallo. Ich will mich entschuldigen. Okay. Ich habe dich falsch beschuldigt. Ich dachte, du hast meine Dia-Rüstung geklaut. Komm ruhig mit. Kann ich da drüber laufen? Ja. Ja, also wir haben Mechanismen, die das ausliegen. Was ist das denn? Schau dir unsere Burg gerne an. Sorry, dass ich verdächtig habe. Das ist unser Sniffer, unser Haustier. Und der kann jetzt erschnüffeln, wer meine Dia-Rüstung geklaut hat. Das Ding... Oh, oh. Okay, stimmt. Verdammt, ey. Na gut, Blackjack, da warst du es wahrscheinlich wirklich nicht. Also wie gesagt, hast du unsere Burg? Nee, war ich auch wirklich nicht. Das ist ja cool. Wo bist du eigentlich aktuell? Mit welcher Gang bist du? Mit Dreitag, Brüder. Was? Was? Was ist hier? Gestern kam... Max wird mich umbringen, raus! Warte mal, stopp mal. Max kam gestern zu uns und hat sich entschuldigt und hat uns sogar Geschenke und so gegeben. Das kann nicht stimmen. Doch. Habt ihr nicht seinen Hund? Nein, den hat Stand wieder schon lange zurückgegeben. Ich verstehe ja gar nichts mehr. Naja, gut. Was für ein Stand bist du denn? Blackjack, dann tut mir das leid. Ja, kein Problem. Dann war ich falsch informiert. Okay. Was? Gut, Leute, dann muss ich mal weitermachen. Ja, gell. Dann sehen wir uns. Ciao, ciao. Tschüss. Okay, tschüss, Ken. Ich gehe auch wieder. Ciao, Leute. Danke fürs Komplex, Blackjack. Danke. Kein Ding. Na toll. Jetzt stecke ich hier fest. Hilfe. Na toll. Okay, Freunde. Keine Ahnung. Ganz, ganz weirde Geschichte hier mit Candy. Aber ich darf auf jeden Fall nicht zu viel Zeit verlieren. Ich muss mich beeilen. Ich muss noch in meiner Spielzeit auf jeden Fall die ganzen Betten und so darunter bekommen. Deswegen, Leute, ich würde sagen, ich mache das jetzt ganz geschwind alles fertig und dann, ja, sehen wir uns im Nether wieder und dann müssen wir Netherite farmen, weil die Sache wird langsam ernst. Ihr habt gesehen, Lukas hat uns angegriffen und ja, wir müssen damit langsam durchkommen. So, Freunde, jetzt ist erstmal die letzte Ladung. Also, es ist einiges quasi, was ich jetzt hierher geschafft habe. So, morgen werde ich das Ganze dann nehmen und werde damit Netherite farmen gehen. So. Das heißt, wir haben jetzt fast drei Kisten voll. Wir haben auch noch weiße Wolle. Oh, wir haben noch weiße Wolle. Das heißt, die Kiste, also wir haben auf jeden Fall drei Kisten voll. Und ich werde noch ein bisschen mehr machen. Auf jeden Fall nochmal mit einem komplett vollen Inventar kommen. Und, ja, wir bauen das erstmal ein bisschen dazu, sicherheitshalber. Ich meine, ich werde das Video wahrscheinlich ein bisschen später uploaden, sodass erstmal niemand findet. Aber dennoch. So. Das wird erstmal passen so. Ja, Leute, und dann gehen wir morgen auf jeden Fall Netherite fahren. Was ich mir jetzt noch überlegt habe, ist, ähm... Ja, vielleicht sollten wir die Base oben, da Lukas die jetzt gefunden hat, oben eigentlich einfach abreißen. Es ist ja eh nichts mehr oben. Und, ja, wir haben ja noch quasi unseren Geheimgang. Und ansonsten ist eigentlich soweit unten alles zugebaut. Und wenn wir hier quasi komplett alles dicht machen, ja, werden die uns auch nicht mehr finden. Also, ich glaube, muss ich mal mit den anderen bereden, aber ich glaube, dass das wirklich eine ganz, ganz gute Lösung ist. Ähm, ja, wir schauen mal. Gut, Leute, ich würde mal sagen, das soll es mit dem Video gewesen sein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.